Was würde ich geben für endlich mal ein gutes Game? Wow! Was ist das? Genial! Macht mir das mal nach! Yep, richtig erkannt. Das ist kein Holzdildo, sondern ein richtig cooles Outdoor-Spiel, um halt mal weg von diesen Games auf den Handys zu kommen und mit Freunden draußen richtig Spaß zu haben. Wer den Erfahrungsbericht zu diesem schwedischen Holzgeulenspiel mal lesen möchte und die ganzen Bilder, der kann einfach hier unterhalb vom Video sich erkundigen. Da gibt es natürlich auch noch die Spielregeln, die kann man schön ausbreiten in verschiedenen Arten und Weisen. Und noch eine kleine Überraschung, aber schaut es euch selber an, denn ja, es wird euch gefallen. In diesem Sinne, viel Spaß damit!